Raus! Raus! Sag mal, was machst du denn da? Du stehst nur fürs Licht da. Schaff diesen Idioten hier weg! Wagen Sie es nie wieder, auch nur einen Fuß auf dieses Gelände zu setzen. Wie heißt du? Milo. Emil. Morgen hast du letzter Treter. Dann fliegen wir zurück nach Paris. Berlin ist im Ausnahmezustand. Die haben die Ost-West-Grenze zugemacht. Aber ich muss dringend ans Defa... Treten Sie zurück! Außerdem sitzt sie längst in ihrem Flieger. Sie ist weg. Ich habe die Idee, wie ich Milo wiedersehen kann. Du willst einen Film erstellen? Ja. Das ist wirklich das verrückteste, idiotischste und schönste, was ich je gehört habe. Und was soll das für ein Film sein? Ein ganz kleiner, wenig Aufwand. Ein Prestigeprojekt des Sozialismus. Tja, dann geh ich mal Drehbuch schreiben. Du willst dir alles aufs Spiel setzen, nur um ein Mädchen wiederzusehen. Von nebenher nicht weißt du, ob ich dich auch wiedersehen will. Das letzte Mal, als wir es gesehen haben, warst du Kleinerstelle mit Hausverbot und jetzt bist du Regisseur. Ich wusste gar nicht, dass du... Ja. Wenn jemand rausfindet, was du hier ansiehst, dann landest du im Knast. Du hast hier nichts zu bieten in diesem eingemauerten Land. Sie wissen, was sie zu tun haben? Ja. Und bitte! Geh nicht zurück nach Paris. Ich kann nicht hierbleiben. Ich kann es nicht.